Herzlich willkommen zu Titelthesen Temperamente, liebe Zuschauer. Vor welchem Wendepunkt stehen wir? Was ist mit dem Traum von Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit von vor über 200 Jahren, dem schönsten Traum, den die Menschheit jemals träumte? 60 Millionen Menschen sind weltweit auf der Flucht. Europa ist zerstritten in der Flüchtlingsfrage. Die einen verschärfen das Asylrecht, andere wollen Grenzen schließen oder nur Christen aufnehmen. In Ungarn, Polen und Frankreich feiern Rechtspopulisten Wahlerfolge. Und in Deutschland? Fast panisch wird berichtet über Straftaten von Asylbewerbern und hitzig debattiert über Belastungsgrenzen. Nervös orakelt über Wahlerfolge der AfD. Die etablierten Parteien entwickeln wie getriebene Plan A, Plan B. Und doch wirkt alles eher planlos. All dieser Aktionismus. Geht er vielleicht völlig am eigentlichen Thema vorbei? Es ist eine schreckliche Vorstellung, Opfer eines Terroranschlages zu werden. Doch überfordert auch der Krieg gegen den Terrorismus so manche Fantasie. Der preisgekrönte Londoner Fotograf Edmund Clarke lüftet das Geheimnis von Machtsystemen, in und unter denen wir alle leben, ohne es zu bemerken. Terror inkognitus, so heißt seine beunruhigende Schau, die ab heute in Mannheim zu sehen ist und uns zu den Black Sites der Geheimdienste führt. Das sind über die ganze Welt verstreute Orte. Illegale Foltercamps, in die Terrorverdächtige per Flugzeug verschleppt wurden. Mit Zwischenstops. Auch in Deutschland. Edmund Clarks Fotos zeigen keine Menschen. Man schaut in Räume. Und erschauert. Was macht eine auf Mallorca geborene Afrikanerin, die in Miami lebt und von Kindesbeinen an Musik nicht nur liebt, sondern lebt? Bebir sin miedo. Leben ohne Angst. So heißt das brandaktuelle Album von Maria Concepcion Balboa Buica. Kurz Buica. Die Latin-Gremi-Gewinnerin, die ihre Karriere als Schlagzeugerin und Bassistin begann. Ihre Stimme tönt, als sei nichts Menschliches ihr fremd. Buica? Diese Frau muss man kennenlernen. 2004 explodierte in Köln eine Nagelbombe. In der Kolbstraße, wo auch viele Türken ihre Geschäfte haben. Ein grauenvolles Attentat. Doch damit nicht genug. Ihm folgten bittere Jahre für eine Menge unschuldig verdächtigter Anschlagsopfer. Ein Ermittlungsskandal. Erst sieben Jahre später stellte sich heraus, den Anschlag verübte der NSU. Ein berührender Dokumentarfilm, den der WDR mitproduziert hat, wirft jetzt einen Blick auf die Menschen, die damals falsch vorverurteilt wurden. Vollkommen normal. Wir alle gehen hoffentlich wählen. Doch kaum 100 Jahre legt es zurück, dass Suffrage, das Wahlrecht, hart erkämpft werden musste. Besonders hart von Frauen und am radikalsten in England. Wo die äußerlich zunächst harmlosen Suffragetten, jene mit den sprichwörtlichen Hüten, Steine warfen, Säure spritzten, sich mit Brand, Sprengsätzen und Kampfsport auskannten und Job, Familie und sogar ihr Leben riskierten und starben. Jetzt erzählt der erste große Film in Starbesetzung von der britischen Frauenbewegung. Der Kampf um das Frauenwahlrecht Sarah Gaffrons Historiendrama startet ab 4. Februar in den deutschen Kinos. Kultur im Ersten von TTT, das gibt's nächsten Sonntag wieder. Danke fürs Zuschauen und bis dahin. Wir sehen uns beim nächsten Mal. We'll see you gut. Bis dahin.